hallo in mannberg sind es natürlich immer nur ein paar schritte ins grüne aber ich fahre doch ganz gerne auch mal mit dem fahrrad dann bin ich auch schnell hier in der gärtnerstadt und wenn ich mich so umschaue sicher jetzt auch hinter mir taucht der spargelturm auf spargel ist genau das was ich jetzt mir wünsche neben weiteren vielen besuchern hier wieder in der stadt bernberg sabine grahi gästeführerin hier in bernberg